Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch in einem extrem, fehlen ein bisschen die Worte, krassen Automuseum. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass ihr hier seid. Teil 2. Wir wissen noch nicht, wie viele Teile es noch werden. Wir haben im ersten Teil schon mal, wir haben quasi bei den ältesten Fahrzeugen angefangen und sind jetzt in der Liga angekommen, die uns beiden auf jeden Fall am meisten interessieren wird. Also es ist alles höchstreich interessant, muss man einfach so sagen. Aber jetzt halt so alleine schon der Blick hier so runter, der sagt schon alles. Ihr seht hier im Hintergrund das Auto mit der Nummer 24, das NASCAR von Jeff Gordon, wahrscheinlich das erfolgreichste NASCAR außerhalb Amerikas. Mit diesem Auto vom Team Hendrick hat Jeff Gordon 1997 die NASCAR-Meisterschaft gewonnen, dann ein IROC-Auto, International Race of Champions, bekannt dadurch, dass es 1974 mit Porsche losging, dann mit Dodge oder erst mit Chevy, dann mit Dodge. Mit diesem Auto hat Dale Earnhardt 1996 ein Rennen gewonnen und hat dann auch die IROC-Meisterschaft gewonnen. Das Besondere an dem Auto ist, der war 14 Jahre lang als Rennwagen im Einsatz. Das hast du heute auch nicht mehr. Krass. Also diese ganze Nesca-Szene ist ja in Deutschland, Europa, das kann man sich ja nicht vorstellen, was in Amerika bei so Nesca-Rennen abgeht. Also das ist wirklich, das ist ja für die Übertrieben gesagt, der Volkssport. Das ist ein bisschen wie bei uns im Museum. Man muss noch mal da gewesen sein, weil es im Fernsehen und auf Bildern nicht so rüberkommt. Dafür, dass sie ja eigentlich übertrieben gesagt nur im Kreis fahren. Ja. So, aber trotzdem ist dadurch, dass die dadurch aber so eng beieinander fahren dauerhaft, dadurch kommt da die Spannung. Und mit 350 Top Speed, das ist schon, da ist schon was geboten. Aber in Deutschland können wir das auch. Und du wolltest auf den gehen? Ja. Und noch nie live gesehen. Ja, jeder kennt die Rote Sau. Die Rote Sau war von AMG. Und AMG war damals ja noch ein unabhängiger Tuner. Und Mercedes hat das gar nicht so gerne gesehen, dass AMG mit der S-Klasse in den Motorsport geht. Man hatte aber selbst Rennmotoren schon entwickelt, die aber nicht eingesetzt. Und dann hat man den Gebrüdern Beermann, einem Mercedes-Händler, die Werksmotoren gegeben und die sozusagen unterstützt in ihrem Versuch oder bei ihrem Vorhaben, dann Mercedes auch in den Motorsport zu bringen mit der S-Klasse damals. Übrigens sehr erfolgreich. Und das ist das originale Rennfahrzeug. Die Rote Sau ist ja leider verschollen. Da gibt es nur noch Nachbauten. Das originale Auto gibt es nicht mehr. Das ist aber das silberne Pendant zur Roten Sau und das ist das originale Auto. Und selbst der sieht aus wie neune. Ob man hier unten so guckt. Weiß man denn, was mit der Roten Sau passiert ist? Das weiß man leider nicht. Soweit ich weiß, weiß man es auch bei AMG nicht, was mit der passiert ist. Aber sie ist wahrscheinlich mal verschrottet worden, weil ich glaube in der Zwischenzeit, wenn die irgendwo im Schuppen stehen würde und jemand wüsste, dass sie da steht, dann wäre sie wahrscheinlich mal rausgeholt worden. Ja, das hätte schon den Besitzer gewechselt. Ja, die Gute alte DTM. Ja, hier haben wir einen BMW M3 E30, eins der erfolgreichsten Tourenwagenfahrzeuge aller Zeiten. Und das hier ist ein sehr frühes Exemplar. Das ist nämlich einer der vier Prototypen, mit denen aus dem Serien BMW M3 ein Rennwagen entwickelt wurde. Der ist heute so lackiert, wie das Auto mit dem Roberto Ravaglia 1989 die DTM gewonnen hat. Ist auch von allen großen BMW-Fahrern gefahren worden. Piro, Van de Pole, Ravaglia und so weiter. War aber eben das Test- und Entwicklungsauto und unterscheidet sich in einigen Details dann von den späteren Rennautos. Gleiche Reifengröße wie Abarth. Ja, und dahinter, guck mal, im direkten Vergleich E30 und 190er war ja immer so in der Konkurrenz. Aber wenn du dir den 190er dahinter anguckst, ich meine klar, das ist das DTM-Auto im direkten Vergleich. Das ist auch schon einen Tick später, weil das ist das Auto von 1992. Mit so einem Auto wurde Klaus Ludwig 1992 DTM-Champion. Und das war ja dann schon die letzte Ausbaustufe in der Homologationsvariante vom 190, die Evo 2. Davon gab es ja auch 500 Straßenfahrzeuge. Eins davon kann man bei uns auch sehen. Und für 1993 wurde dann das Reglement gewechselt, geändert. Ab dann gab es die Klasse 1. Dann musstest du nicht mehr die 500 Autos für die Straße bauen. Du musstest nur ein Straßenfahrzeug haben, das dann eben, mit dem du Türen und Hauben grob gesagt gemein hattest. Und dann hattest du deinen Rennwagen. Und hier sieht man sehr schön im Vergleich. Hiervon muss es noch eine Straßenversion geben. Hiervon im Prinzip nicht mehr. Wie weiter extrem das dann von Mercedes interpretiert wurde. Der sieht auch viel, viel, viel aggressiver aus als die DTM-Variante von 1992. Ja, alleine hier Lippe mit dem Flapp. Ja, auch die Verbreiterungen sind ganz anders. Guck dir die Verbreiterungen an. Ja, du hast ja hier nochmal eine deutlich breitere Spur. Ich muss ja immer sagen, ich verstehe manchmal so diesen Hype um die Evos nicht so. 190er. Bei der Straßenvariante, sag ich jetzt einfach mal, warum so ein Auto 100, 200.000 Euro kostet und so weiter. Klar, die Rennversion ist natürlich ganz andere Liga. Und deswegen werden die natürlich auch so. Ja, das ist halt natürlich der direkte Spagat zu dem DTM-Auto. Beim E30 M3 auch, der sieht ja noch relativ, das Gruppenauto sieht da noch relativ harmlos aus. Dagegen wiegt der ja, als wäre der in einer ganz anderen Klasse unterwegs, ne? Mit dem Riesenflügel. Krass. Und solche Autos sind auch theoretisch alle fahrbereit? Also bei den Rennwagen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil du teilweise dann Unterstützung von den Teams brauchst, um die fahrbereit zu machen, um die fahren zu lassen. Aber die DTM-Autos hier vorne schon. Bei den neueren wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. Auch eine ganz eigene, musst du mal gucken, mit eigener Art und Weise, wie die damals die Zelle in dem Auto drin hatten. Viel mehr so in die Mitte verstrebt alles. Also der sieht sehr aggressiv aus. Aber bevor wir jetzt da reingehen, schau einfach mal bitte von hier in diesen Gang rein. Das ist... Da geht selbst schon wieder hier so die SLs so ein bisschen runter. Ja. Aber auch geil aus der Zeit, ne? Auch optisch, finde ich, wie Alphas. Gut, Alphas hat ja dann den ersten reinrassigen Klasse-1-Rennwagen gebaut, das Reglement komplett ausgenutzt und ausgereizt und ist ja dann auf Anhieb 1993 mit Larini auch Meister geworden. Das ist das 94er-Auto, deswegen hat er auch die Startnummer eins dann drauf. Zweieinhalb Liter, 420 wäre es damals, ne? Wer weiß denn Bescheid? Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Was aber auch immer cool zu sehen ist, wie die eigentliche DTM dann so ihren Lauf nahm, ne? Wenn du so den ersten E30 vorne siehst und dann so die Steigerung von Jahr zu Jahr, weil das ist dann ja wirklich hier dann final komplettes Rennauto, ne? Ja klar, da noch mehr, aber hier, weißt du, das ist ja schon noch so 2005 halt, ne? Da fand ich immer eindrucksvoll hier diese Finnen, Flaps hinten. Ja, hinten, ja. Ja gut, auch guck mal, wenn du hier reingucken kannst und halt einfach vorne auf den Boden guckst, ne? Jo, stimmt. Was dann so aerodynamisch schon so geht. Ja gut, das hat ja nichts mehr mit dem B7 zu tun. Und auch deswegen hat das dann hinten auch so eine Wirkung, natürlich, ne? Wenn das so hier durchgeht. Alter, hier. Ich hab's vom Kort noch mal die Carbons gelassen. Ja gut, aber das Auto hat ja jetzt nichts mehr mit dem B7 zu tun. Ne. Das ist wieder ganz modern, oder? Ja, das ist der 2019. Ja, das ist der, das ist der letzte neu entwickelte Rennwagen nach Klasse 1-Reglement für 2019, der ersten Martin Vantage. Nach 2019 gab's ja dann die Klasse 1 nicht mehr, dann fährt ja die DTM jetzt mit GT3-Fahrzeugen. Das ist der letzte, davon gab's auch nur fünf Stück, vier als Rennwagen, ein Ersatzfahrzeug und wir sind in bester Gesellschaft, denn das Ersatzfahrzeug hat sich jetzt Fernando Alonso gekauft. Aber reinrassige Rennautos, ne? Reinrassige Rennautos. Eigentlich, wirklich, darf man sich hier draufsetzen? Ja. Müsste man sich den ganzen Tag hier mit so einem Kaffee hinsetzen so und einfach hier so schön Autos genießen. Ja, das ist schon krass, was da kleiner kommt. Nein, alleine diese Kulisse, guck mal, also echte Renn-Formel-1-Fahrzeuge dahinter mit so einem Original-Ferrari-Transportauto, rechtshängend Autos. Hier werden die Autos gestapelt, wie in so einem Modellbau. Und wir reden ja alles über echte Autos. Das hier Original-Formel-1-Auto? Das ist ein originales Formel-1-Auto, aber nicht einfach nur ein originales Formel-1-Auto. Im Jahr 2000 ist es ja dann endlich gelungen, die Formel-1-Weltmeisterschaft zurück zu Ferrari zu holen. Und das ist das Auto, mit dem Michael Schumacher das geschafft hat. Eins von vier, das er in dem Jahr genutzt hat. Und mit genau diesem hat er den großen Preis von Kanada in Montreal gewonnen. Kann man sich mir so gar nicht vorstellen, ne? Ja. Ich werde auf jeden Fall auf dem Rückweg bei YouTube einmal Kanada GP 2000 eingeben und werden mir das Auto angucken, wie er damit gefahren ist. Krass, echt, das Original-Auto? Komplett mit Motor und Getriebe. Ist auch noch Motor und Getriebe, alles drin? Alles drin, ja. Weil ganz oft wurde das ja dann nach der Saison ausgebaut, weil die natürlich ihre Technik auch schützen wollten. Aber sowas kann unmöglich nochmal angemacht werden und so weiter. Das kann schon angemacht werden. Nur hier ist es dann so, da brauchst du dann die Unterstützung von Ferrari Corse Clienti, heißen die. Die sind extra dafür, ist eine eigene Abteilung bei Ferrari, die sich darum kümmern, um Kunden, die historische Formel-1-Rennwagen haben. Aber dann brauchst du eine Formel-1-Rennstrecke, du brauchst die Unterstützung von Ferrari und du brauchst jemanden, der reinpasst und fahren kann. Wir glauben, der steht hier ganz gut. Ja. Mich würde jetzt zur Sekunde erstmal interessieren, wie startet man so ein Formel-1-Auto? Also, da wird es ja keine Zündschüssel geben. Es wird ja irgendwo einen An-Aus-Knopf wahrscheinlich erstmal geben. Ja, da kommt der Starter hinten rein und dann wird der Motor... Und irgendwie wird man ja das System ja irgendwie booten müssen. Ja, wie auch immer, ne? Aber krass, Alter, das Original-Auto. Vor allem, die waren damals noch, finde ich, verhältnismäßig klein. Also, die aktuellen Autos wirken viel, viel massiger. Und das hier wird wahrscheinlich das Lenkrad auch von damals dazu gewesen sein. Das ist das originale Lenkrad, genau. Krass. Ich finde es einfach krank, so ein Motor. Dieser Krümmer, ne? Dieser Krümmer und dann auch einfach wie flach so ein Zehnzylinder einfach ist. Vor allem, ich schwöre dir, den könnten wir beide mit zwei Leuten wahrscheinlich auch noch hochheben, so leicht wird er sein. Aber das ist Kunst, so wie der ausschaut. Die sind groß. Ist das ein 2 Liter V10? Ne, 2.000. Ach, 2.000. 3 Liter? 3 Liter. Wobei die später noch krasser waren. Die danach kamen, also die V8-Zeiten. Die V8-Zeiten waren dann wirklich, keine Ahnung, die hatten dann, glaube ich, 2,4 Liter und eher so 850. Und teilweise auch noch gedrosselt. Da ging das ja los, mit wie vielen Motoren die kaputt machen durften. Wahnsinn. Und die beiden hier? Das sind zwei Showcars, aber original von Ferrari eingesetzt. 2003er Showcar und hier 2016er Mercedes Showcar. Das entspricht quasi dem Weltmeisterauto von Nico Rosberg. Und du kannst dir sicher sein, kein einziges Teil hier dran, wird nur aus Zufall da genauso sein. Sondern dann wird sich bei jeder kleinsten Finne, wird sich irgendein Ingenieur irgendwas beigedacht haben. Guck mal, wie viel das so ist. Wie das alleine, nur dieser vordere Teil so. Ja, das ist das Weltmeisterauto von Mika Heckenen 1999. Da hat McLaren Mercedes quasi verhindert, dass Ferrari schon Weltmeister wurde. Gegen Eddie Irwin, weil Michael Schumacher sich ja damals in Silverstone das Bein gebrochen hatte. Und mit diesem Auto hat Mika Heckenen den großen Preis von Brasilien gewonnen 1999. Ist das der Pokal davon? Das ist der Konstrukteurspokal. Vom Japan Grand Prix? Von Japan. Also in Japan war das letzte Rennen der Meisterschaft und da wurde dann der Konstrukteurspokal verliehen. Und deswegen hat uns Mercedes den hier geliehen. Der gehört uns nicht. Vor allem auch selten, dass man tatsächlich mal ein Auto hat mit angefahrenen Reifen. Meistens sind ja immer frische Reifen drauf, weil hier haben wir tatsächlich mal zwei, die mal gefahren wurden. Aber hier sage ich immer wieder mit das schönste Formel 1 Auto, was ich kenne. Ich finde, hier sieht man krass auch ähnlich wie bei der DTM. Das ist ein Formel-Auto ohne viel Föhlefanz dran. Dann ging das so langsam los mit den ganzen Flaps, Spoilern. Hier nochmal eine kleine Lippe und so weiter. Und dann halt so. Und das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre alt. Aber optisch ist das für mich mit der schönste. Ja und mit genau diesem Auto, auch komplett mit Motor und Getriebe, hat der große Ayrton Senna damals den großen Preis von Monaco gewonnen 1989. Gegen Alain Prost, dem er im Qualifying, wenn ich mich richtig erinnere, schon eine Sekunde abgenommen hat auf identischem Material. Und Thierry Bootsen in der 3. Position hat nahe 1 Sekunde aus der Lied von den 2. McLarens. Ihr könnt euch selbst sehen und ihr könnt sehen, wo Mansel ist. 3., 2., 3., 4., und Martin Brundle ist noch in der 5. Position. Ein großer Monaco Grand Prix. De Chidorah 6. Vorhin ist es noch so richtig minimalistisch. Es ist halt viel, viel weniger drin. Ja, es ist noch sehr clean. Viel, viel breitere Spur vorne als hinten gefühlt. Krass. Damals sind ihr echt so zur Rennstrecke gefahren? Ja, das war damals auch schon ein großer Fortschritt. In den 50er Jahren standen die Autos noch draußen. Da sind drei Autos quasi Open-Air zu den Rennstrecken gefahren worden. Auf Achse. Wie? Auf Achse. Und das war dann ab 1966 war das dann ein großer Fortschritt mit dem Rolfo hier. Da konnten die Autos dann sauber und trocken im Inneren des Autos transportiert werden. Von diesem Rolfo-Renntransporter sind damals zwei Stück gebaut worden für Ferrari. Das ist einer davon. Da freuen wir uns besonders, dass wir den hier so zeigen können. Und eben zeigen können, wie die Autos damals zu den Rennstrecken gekommen sind. In Europa natürlich. Aber nicht nur zu den Formel-1-Rennen, sondern auch zu den Langstrecken-Rennen. Und eben in dem Zusammenhang auch nach Le Mans beispielsweise. 1,5 Liter V12 Formel 1 damals. Ja, das ist der Wagen von Lorenzo Bandini aus der Saison 1964. Und kleiner Fun-Fact am Rande. Das ist der Ferrari 1512. Das steht für 1,5 Liter zwölf Zylinder. Und das ist der einzige Ferrari in der Geschichte der Marke, der eine vierstellige Ziffernfolge im Namen hat. Ansonsten haben die immer nur drei Ziffern. 3,28, 3,48, 3,55, 5,12 und so weiter. Und das ist der einzige mit vieren. Weiß man, wie viele Autos gab es hiervon? Soweit ich weiß, gab es hiervon vier Stück. Da muss ich jetzt mal, ich bin sprachlos. Also, wie findet man solche Autos? Wenn du 35 Jahre lang Autos sammelst, dann lernst du verschiedene Leute kennen. Dann knüpfst du Kontakte und dann bekommst du auch mal die Info, dass sich der ein oder andere von einem Auto trennen möchte. Und das eben auch vielleicht nicht auf eine große Auktion geben will oder eine große Annonce schalten möchte. Und dann wechseln solche Autos eben dann auch schon mal unter Bekannten, unter der Hand, dem Besitzer. Aber es ist ganz unterschiedlich. Andere Autos kommen eben auch über eine Auktion oder über einen Händler. Ist der Herr Loh denn selber aktiv beim Suchen, Kaufen oder hat er jemanden dafür, der das für ihn macht? Oder ist er da wirklich selber noch richtig im Thema? Hey du, Herr Loh. Herr Loh hat sehr konkrete Vorstellungen davon, wie das Museum aussehen soll, wie seine Sammlung aussehen soll. Und er befasst sich da durchaus in der Tiefe damit und kümmert sich auch dann oder führt auch persönlich Gespräche, wenn es darum geht, ein neues Auto zu bekommen. So, hier haben wir jetzt, wie ich sagte, später dann V8, 2,4 Liter, 820 PS. Überleg mal, 820 PS aus 2,5 Liter. Relativ einfach, Alter. Ja, das ist ein Sauger. Guck dir mal den Rohr durchmiss an. Ja. Und guck dir oben mal rein. Alter, guck mal. Ja, okay, da gibt natürlich eine Menge rein. Eine Menge, Alter. Guck dir mal diese Querschnitte an. Das ist so ein Trichter. Da kriegst keiner rein. Das ist so ein Trichter. Das Ding wird aufgehen, das Ding wird einfach nur schreien. Und auch gefühlt ist ja dieser ganze Motor auch einfach nur Motor. Also ist ja nichts mehr dran. Ja, dann würde ich sagen, werfen wir noch mal einen Blick in unsere Le Mans Ausstellung. Die öffnet wieder am 17. Januar und ist dann noch bis Ende Februar geöffnet. Das heißt, wer die noch sehen will, der sollte sich beeilen. Aber sie ist durchaus sehenswert. Das zeige ich euch gleich. Und auf dem Weg dahin möchte ich euch noch hierauf hinweisen. Das ist unser jüngster Neuzugang im Museum. Das ist der FIA Founding Members Club Heritage Cup. Ein sehr langer und sperriger Name. Salopp gesagt die Formel 1 Weltmeisterschaft für Museen und Events im historischen Automobilbereich. Den haben wir vor wenigen Tagen bei der FIA Gala in Baku überreicht bekommen. Und zwar auf der gleichen Bühne, auf der auch Max Verstappen seinen Formel 1 WM-Titel WM-Pokal überreicht bekommen hat. Dafür, dass wir erst drei Monate offen waren, sind wir da. Es ist eine mega Auszeichnung für uns. Sind wir auch total stolz und freuen uns riesig, dass wir den Pokal hier jetzt im Eingangsbereich so zeigen können. Das heißt, die FIA hat euch ausgezeichnet, dass das Museum so sehenswert, so toll, so krass ist. Genau, ja. Oder kommen wir stolz auf sein für dich? Auf jeden Fall. Nach drei Monaten, wie du selber schon sagtest, normalerweise wächst so ein Museum. Andere brauchen zehn Jahre. Wächst so ein Museum, ja. Ja, da brauchen wir uns. Da ist übrigens, nehme ich an, der eigentliche Eingang, wenn wir jetzt zu normalen Öffnungszeiten hier wären. Genau, hier ist der Haupteingang. Hier ist unser Shop, in dem haben wir viele tolle Sachen für Autobegeisterte. Auch einige Sachen, die es nur bei uns gibt, spezielle Modellautos, spezielle T-Shirts, Poster und so weiter. Alles rund um unsere Exponate bis hin zu unserem eigenen Buch über 100 Jahre von Le Mans. Übrigens das einzige Buch, das das aktuelle Rennen von 2023 auch schon beinhaltet. Auch da sind wir ein bisschen stolz drauf. Und hier würdet ihr dann eure Tickets kaufen. Wie kommt es zu dieser Le Mans-Ausstellung? Ist Herr Loh da ein großer Le Mans-Fan oder auch einfach nur so über die Autos entstanden? Ihr werdet es gleich sehen. Herr Loh hat eine große und beeindruckende Sammlung von Le Mans-Fahrzeugen, sodass wir uns für das erste Mal noch gar kein Auto dazuleihen mussten. Und das hat es natürlich da an der Ecke leichter gemacht. Aber Le Mans hat 2023 sein 100-jähriges Jubiläum gehabt und da lag das natürlich auf der Hand. Ich vermute mal, Florian, diesen Innenhof hier, der ist künstlich angelegt, oder? Das gab es vorher in der Halle logischerweise nicht. Das ist alles extra fürs Museum so hergerichtet? Also das ist alles extra so hergerichtet. In Hallen dieser Art gibt es ja selten irgendwie Kopfsteinpflaster. Das ist aber nicht explizit fürs Museum hergerichtet worden, sondern Herr Loh hat in dieser Halle schon angefangen, Autos zu sammeln für sich. Und hat das da schon so angelegt. Und wo es schon mal drin war, haben wir das dann natürlich fürs Museum entsprechend adaptiert. Sieht ja auch toll aus. Echt richtig guten Geschmack. Auch so Visionen, wie es halt am Ende aussehen könnte. Das hebt es halt nochmal hervor. Das ist er. 55-Spider, da geht jedem Automobil-Inthusiasten das Herz auf. James Dean. Ja, und der hat zwei Besonderheiten oder drei. Der ist 1957 in Le Mans mitgefahren mit Hans Herrmann und Richard von Frankenberg. Und ist dann an Herbert von Karajan verkauft worden, den Dirigenten. Der hat ihn rot lackieren lassen und hat ihn im Straßenverkehr bewegt. Und danach ist er wieder Silber lackiert worden, als Herbert von Karajan ihn wieder abgegeben hat. Und das Schöne ist, er ist komplett unrestauriert. Die rote Farbe ist noch drunter und drunter ist noch das Silber von Le Mans. Komplett unrestauriert. Das heißt, das ist ein originales Le Mans Auto, was nach der Rennstrecke wieder auf der Straße gefahren ist. Richtig, aus heutiger Sicht unvorstellbar. Und alle Autos, die hier sind, deswegen Le Mans schon, waren alle in Le Mans? Ja, also all unsere Autos waren in Le Mans, sind teilweise bis zu dreimal mitgefahren, haben gewonnen, haben ihre Klasse gewonnen und waren mindestens als Ersatzfahrzeug dabei. Und wenn sie als Ersatzfahrzeug dabei waren, dann sind sie danach Weltmeister geworden. Hier haben wir vielleicht noch was ganz Lustiges. Das Bild hier hinten zeigt die Startaufstellung von 1931. Und hier seht ihr das Auto mit der Nummer 7 und das mit der Nummer 5. Das hat die Tür gerade offen, deswegen sieht man es nicht so genau, aber zwischen der 4 und der 6. Und ihr seht hier das Auto mit der Nummer 5 und hier den Bentley mit der Nummer 7. Das sind exakt die beiden Autos, die 1931 hier auf dem Bild in der Startaufstellung standen. Stehen heute noch ein Tick näher beieinander und haben auch beide dreimal in Le Mans mitgemacht. Wahnsinn. Hatte man da damals überhaupt einen Anschneller drin? Gurte waren noch nicht so populär damals. Brauchte man ja nicht so, einfach so, gib ihm. Aber wie krass ist so diese Geschichte, dass man hier vorstellt, sich das Bild anguckt und dann die Originalautos da vorstellt, von 1931. Das ist unglaublich, ne? Wie lange habt ihr solche Autos schon in der Sammlung? Die sind schon länger in der Sammlung. Sind schon länger. Krass. War das ein Zufall mit dem Bild oder hat sich das ergeben? Oder wusste man es von vornherein? Also es war jetzt nicht so, dass zuerst das Bild hier hing und man dann gesagt hat, dann kaufen wir jetzt die Autos. Sondern die Autos waren hier und dann wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass es ja auch noch das Bild gibt. Und dann haben wir gesagt, es gibt ja eigentlich keinen besseren Backdrop für die beiden Autos als eben genau dieses Bild. Ich finde, die Verbindung, die macht mich gerade sprachlos. Also ich gucke mir da ein Bild an von der alten Startaufstellung und dann stehen die Originalautos hier. Und es zeigt ja auch nochmal zusätzlich sehr schön den Le Mans Start, den klassischen, wo die Rennfahrer über die Strecke laufen mussten zu ihren Autos. Also das Bild erfüllt hier mehrere Zwecke. Es erklärt eine Eigenheit von Le Mans. Es schafft den Bezug zu unseren Autos und es ist ansonsten natürlich auch spektakulär. Vorhin, ich finde, da sind wir bei einem Thema, ich finde, auf dem Bild sieht man viel besser, wie alt die Autos eigentlich sind, als wenn man jetzt nur das Auto sieht. Weil alleine so diese Werbeplakate, dieses WC-Häuschen da hinten, einfach so, wie auch die Klamotten und so, wie alt das ist. Ja genau, die Kleidung, keinen richtigen Helm, gar nichts eigentlich. Das stimmt ja, wenn ich nicht mein Helm auch bin. Nein, gar nichts. Ne, Helme gab es auch noch nicht. Möchte ich euch auf den hier nochmal hinweisen. Aus wie neu. Der sieht aus wie neu, der ist natürlich restauriert. Das ist ein 1. Martin DB4 GT, aber nicht irgendeiner, sondern das ist der allererst gebaute 1. Martin DB4 GT. Mit dem ging es los. Und in Vorbereitung für die 24 Stunden von Le Mans hat man an einem rennenden Silverstone teilgenommen. Mit Sterling Moss als Fahrer. Und besser kann ein Start für den Rennwagen nicht verlaufen. Pole Position und Sieg. Das hat also gezeigt, die Konstruktion vom DB4 war gar nicht so schlecht. Eine weitere Evolution war dann das Modell mit Zagato-Karosserie von 61. Einer von 19. gilt als einer der schönsten Rennwagen überhaupt. Und das Besondere hier ist neben der Startnummer 1 auch nochmal die Lackierung. Weiß mit dem roten und grünen Streifen. Das hat nicht etwa was mit Gucci zu tun, sondern das sind die Rennfarben Marokkos, die weitestgehend unbekannt sind, weil es eben nicht viele marokkanische Rennfahrer gab. Und Zagato-Karosserie heißt, da ist ein Rahmen drunter, wo ein komplett neues Häuschen auch draufgesetzt wurde, gegenüber dem anderen. Richtig. Man musste dann mit Ferrari Schritt halten und hat dann eben eine Evolutionsvariante gebraucht und hat sich dann mit Zagato zusammengetan, um eine etwas windschlüpfrige Karosserie zu kreieren. Die Technik drunter ist aber auch mit Evolution, ist aber weitestgehend identisch. Aber solche Autos, die würde man jetzt auf jeden Fall unrestauriert lassen, wenn die jetzt vom Zustand erschlecht sind. Die würde man auf keinen Fall anfassen, sondern die will man so, wie sie vom Renneinsatz her kommen. Du siehst es ja hier vorne, der Jaguar, der ist unrestauriert. Den werden wir natürlich auch nicht restaurieren. Also wenn die Autos es geschafft haben, als Rennwagen so zu überleben und in diesem Zustand mit der Patina zu bleiben, dann restaurierst du die nicht. Dann lässt man die Geschichte da halt. Ja, klar. Ja, dann hier sicherlich eins der Highlights der Sammlung. Ferrari 330 P3 oder wie auch heute hier steht 412 P. Einer der Hauptdarsteller aus dem bekannten Film Le Mans 66. Damals dann noch mit der Startnummer 21 im großen Duell Ford gegen Ferrari. Und so wie er heute hier steht mit der Startnummer 26 und den blauen Felgen, hat er bei der Revanche für Le Mans 66 in Daytona 67 dazu beigetragen, dass Ferrari einen Dreifachsieg gegen Ford in der Heimat von Ford eingefahren hat. Und genau dieses Auto hat dabei den dritten Platz gemacht. Und die Linien von dem Auto sind einfach spektakulär. Sieht so ein bisschen aus wie so eine, ja fast wie so eine Flunder, die einfach so auf dem Boden liegt. Ja. Aber der ist jetzt, der ist ja wie neu, also der ist komplett einmal. Der ist komplett restauriert, ja. Weiß man dann, wenn so ein Auto komplett restauriert wird, wie viele Originalteile von damals da noch dran sind? Weil sowas wie so Scheinwerferverglasung davor und so, das kann man ja auch schlecht aufarbeiten. Also das kann man ja einfach nur neu dann machen. Da sind viele Neuteile dran. Das ist natürlich so, das war halt irgendwann ein alter Rennwagen. Also nachdem er die Saison 67 zu Ende hatte, wurde er dann als Rennwagen noch weiter genutzt, war aber dann irgendwann auch nicht mehr auf dem höchsten Niveau und wurde dann zum Spider umgebaut und so weiter. Und dann gehen natürlich viele Teile auch verloren im Laufe der Zeit. Aber hast du mal eingeguckt, wie der Zuschauer ist? Ja gut, der ist neu. Ja, alles, also das ist nicht ein altes Teil irgendwie so. Wahnsinn. Fakt ist, solche Autos sieht man nie. Dann in dem Zustand, dann in der Art, wie sie hier präsentiert werden und wie nah du an dem Auto stehen kannst und ihn ansehen kannst. Ich bin einfach sprachlos. Krass. Unglaublich. So wie diese Relais, die Sicherung, da so ein paar Kabel noch, dann diese Schaltung rechts. Und gefühlt, also man kann ja in dem Sitz nur liegen. Also erinnere dich an das Video, was wir mal gedreht haben, wo wir mit einem Replika gefahren sind. Du liegst in dem Auto, deine Beine sind komplett ausgestreckt. Also du hast kaum noch einen Knick, also die ist schon annähernd, dass du ausgestreckt bist und du liegst wirklich so in dem Auto und du hast gar keinen Platz. Aber atemberaubend. Vor allem auch Doppelsieg, aber auch restauriert. Der ist auch restauriert in den Zustand, wie er 1970 in Le Mans mitgefahren ist. 1970 hat ja dann das Schwesterauto von Porsche Salzburg den ersten Gesamtsieg für Porsche geholt. Und der 917 als sehr erfolgreiches Rennauto. 70, 71 und Le Mans jeweils erster und zweiter. Und ansonsten alle bedeutenden Langstreckenrennen gewonnen. Warum haben die alle zwei Sitze drin? Das ist eine Besonderheit des Reglements von Le Mans. Die Autos mussten und müssen einen Beifahrersitz haben. Damals war das noch in der Ausprägung, dass der Beifahrersitz tatsächlich verbaut wurde. Heute oder bei den moderneren Autos ist es so, dass dann noch nur der Platz vorgehalten ist. Du kannst dann aber da jetzt deine Batterien und was weiß ich was einbauen. Und das ist eine Besonderheit des Le Mans Reglements. Und deswegen sitzt der Fahrer bei den Le Mans Prototypen auch nie in der Mitte. Alter, aber weißt du, was 69 mit 600 PS, da ist ja nichts an Sicherheit drumherum. Das heißt, so ein Auto, guck mal, 340. Wenn du mit dem Auto hier mit 340 irgendwo einschlägst, dann hast du ein Problem. Guck dir mal, das Ding besteht ja aus dem Rohrrahmen, aber guck dir mal diese süßen Röchen an. Ja gut, das wird eine zusätzliche Versteifung sein. Nein, das ist der Gitterrohrrahmen. Das ist der Gitterrohrrahmen. Wirklich? Ja gut, ich sag mal, wenn du bei 340 einschlägst, dann hast du entweder ganz viele Probleme oder eigentlich gar keins mehr. Und das gleiche bisschen Gitterrohrrahmen ist auch Unterbach. Also da ist nämlich gar nichts. Wie? Das erfahren die auf einer Kanonenkugel dann, ne? Ja, die Sicherheitsvorkehrungen waren damals noch nicht so groß, aber man wollte ja gewinnen und das hat ja auch funktioniert. Sportgeist. Ja. Ja, dann haben wir hier noch was ganz Besonderes. Gleich ganz andere Liga. Ich meine, klar, sind ja auch 35 Jahre dazwischen. Also liegen ein paar Jahre dazwischen. Audi ist der zweiterfolgreichste Hersteller in der Geschichte von Le Mans. 13 Gesamtsiege. Zwölf Autos von diesen 13 Gesamtsiegen hat Audi in seiner eigenen Sammlung. Und dieses, das ist das 13. Das ist das einzige Le Mans-Siegerauto, das Audi nicht hat. Und wir sind froh, dass wir das hier zeigen können. Zusammen mit den originalen Helmen der drei Fahrer. Und eigentlich noch mehr besonders mit den Pokalen. Der große hier für den Konstrukteur und der kleine für den siegreichen Fahrer. Alleine die in Kombination zu haben zu dem Auto, ist ja wahrscheinlich auch eine besondere Geschichte. Ja, klar. Also das Erfreuliche ist eben, dass das im Laufe der Zeit alles zusammengeblieben ist. Die Geschichte ist eben die, dass 2003 und 2004 die Le Mans-Einsätze von Audi nicht mehr werkseitig gemacht wurden, sondern dann von den Importeuren Audi Japan, UK und North America. Und als Audi Japan dann gewonnen hat, hat man das Auto dann mit nach Japan genommen. Zusammen mit den Pokalen und den Helmen. Und irgendwann dann eben erfreulicherweise alles zusammen verkauft. Und so blieb das alles zusammen. Ist ja auch schon länger in eurer Sammlung. Der ist auch schon eine Weile hier. Guckt dir lieber mal an, wie eng das in so einer Kiste war. Aber Füße echt? Auf Brusthöhe, ne? Ja. Was halt viele nicht wissen, also jeder, der sich mit Rennsport beschäftigt, weiß es natürlich, dass das damals tatsächlich ein Dieselmotor war, ne? V6T, die... Ja, damit haben sie doch damals geworben, ganz groß. Ja, klar. Mit dem Dieselantrieb. Das war ja die Idee von Ferdinand Pierch, der gesagt hat, man muss mit einem Diesel Le Mans gewinnen können, weil man das mit den Turbos auf die gleiche Leistung bringen kann, auf das gute Ansprechverhalten, aber dann eben den Verbrauchsvorteil hat gegenüber dem Wettbewerb. Und das hier ist ja sogar noch ein Diesel-Hybrid. Dann eben schon die nächste Ausbaustufe, der ja dann als Allrad fährt, wenn der Elektromotor die Vorderachse antreibt. Er fährt aber nie ganz elektrisch. Oder anders gesagt, wenn er rein elektrisch fährt, dann ist irgendwas kaputt. Dann geht es zurück in die Boxengasse. Aber sieht man hier sogar krass. Ich finde halt immer wieder krass, Elektromotor, Antriebswelle, die andere geht hier durch. Kann ja auch mal kaputt gehen, so, ne? Dann ist halt ganz schnell Bremsen und so weiter weg. Aber guck mal, selbst Pedalerie, alles aus Carbon, da ist wirklich kein Gramm an so einem Auto zu viel drin. Ja, und jetzt, wie filigran die Bauteile sind und die aber in 24 Stunden Dauerfeuer durchbenutzt werden. Und das hält oder muss halt halten. Muss, ja. Aber die Sitzposition und die Platzgegebenheiten sind schon... Aber hier, das ist halt auch ein Monster, ne? Guckt euch mal hier den Tubolader an für so ein TDI, ne? Und damals auch schon beide Bänke quasi ins Abgaskahäuse rein. Auch zwei Druckseiten, die dann hier rangehen. Ja, und vor allem der Winkel, ne? Ist auch sehr weit. Fast ein Boxermotor, ne? Ja. Wie fehlt da nicht mehr? 558 wäre es. Krass. Ist das eine Bestrichtung oder? Ich denke mal, ja. Ich denke mal schon, dass die auch mit... Also die hätten mit Sicherheit viel, viel mehr Leistung fahren können. Aber selbst damals wird das schon so gewesen sein, dass sie das natürlich am Ende wieder ausgeglichen haben. Aber halt, ne? Aber was ist das hier? Das hier, das macht man im Rennsport so. Du hast für... Das ist Hauptkabelbaum und ein Verteiler für die ganzen Sensoren. Und dann steht hier zum Beispiel Oil Level. So, ne? Also das ist der Sensor für Ölstand. Und dann ist hier Injektor, Injektor, Fuel, Temperatur, also Benzin. Das heißt also wirklich, von zwei Hauptchecker dran ist das Ding am... Genau, P-Crank, P-Drucksensoren ganz viel für Pressure. Also der hätte wirklich alles gemessen. Genau, und du gehst nur hier dran und fertig. Ja, wenn man heute Le Mans 1999 googelt, dann kommen Bilder von fliegenden Mercedes-Fahrzeugen. Und das war der Mercedes-Benz CLR, mit dem man eigentlich den Gesamtsieg holen wollte. Aber es gab irgendein aerodynamisches Problem und deswegen musste nach zwei Unfällen von drei Autos dann das dritte aus dem Rennen genommen werden. Und das ist das dritte Auto, das einzige, das nie zerstört worden ist. Und da freuen wir uns, dass wir das hier zeigen können. Und das ist ja wirklich die pure Form und sehr schön und auch einer der Publikumslieblinge hier in unserer Limmau-Ausstellung. Die Rennvariante von den Straßen-GT-R. Die weiterentwickelte Rennvariante vom CLK-GT-R. Was halt in eurer Sammlung auf jeden Fall krass ist, ist die Markenvielfalt auch. Weil es ist ja wirklich gefühlt jeder Hersteller, der Le Mans gefahren ist, ist auf jeden Fall mindestens einmal fast hier vertreten, autotechnisch. Es gab noch ein paar mehr, aber die wichtigsten haben wir schon hier vertreten. Mercedes, BMW, Audi, Porsche, alles am Start. Ja, hier hinter euch haben wir dann noch den Porsche 956, der 1984 den zweiten Platz in der Qualifikation in Le Mans gemacht hat. Im Rennen ist dann ein anderes Fahrzeug gefahren. Aber dieses Auto hat Stefan Belloff 1984 zur Langstrecken-Weltmeisterschaft verholfen. Also auch ein ganz besonderes Auto. Einer der oder der erfolgreichste Porsche 956 überhaupt, je nachdem, wie man es misst. Und von einem Weltmeister zum nächsten. Was ist das bitte für ein Spoiler hier? Das kannst du ja gut sehen, ne? Das kann ich wieder gut sehen. Ja, da steckten wir da. Damals schon gleicher Logo wie heute. Ne, das ist doch das ganz, ganz. Ja, ja, aber es ist in Nuancen genug geändert. Von einem Weltmeister zum nächsten. Das hier im Vorbeigehen ist der 1989er Weltmeisterwagen von Jean-Louis Schlesser, mit dem er die Langstrecken-WM gewonnen hat. Das Schwesterauto mit der Startnummer 63 hat in dem Jahr auch die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Ferrari. Jeder kennt den 250 GTO. Das hier ist quasi sein Großvater. Das ist der erstgebaute Ferrari 250. Der Ferrari 250 S. Der gebaut wurde für die Mille Miglia, das Straßenrennen in Italien, 1952. Und man hatte bei Ferrari damals den großen Gegner in Mercedes, die damals mit den Flügeltürern gefahren sind und nichts dem Zufall überlassen haben. Und das war dann natürlich hier schon eine große Nummer, dass man gegen das mächtige Werksteam gewonnen hat. Und nicht nur das, sondern man musste auch noch Ersatz finden für den Werksfahrer Vilo Resi, der sich verletzt hat. Das war gefunden in Giovanni Bracco. Der war Kettenraucher. Und der Legende nach musste ihm sein Beifahrer 110 Zigaretten anzünden während der Fahrt. Das heißt, das sprach nicht alles nur für Ferrari, aber trotzdem haben Bracco und Rolfo mit diesem Auto die Mille Miglia gewonnen. Und er steht deswegen in der Le Mans Stellung, weil dieses Auto auch gegen Mercedes dann 1952 bei den 24 Stunden von Le Mans die schnellste Rennrunde gefahren hat. Sind dann leider ausgefallen, aber so hat jeder seinen Was-wäre-wenn-Moment. Krass. Also eigentlich auch ein extrem seltenes historisches Fahrzeug, was eigentlich bei Ferrari-Museum stehen müsste. Erfreulicherweise steht es hier, aber es ist sicherlich eins der wichtigeren Autos in der Geschichte von Ferrari. Witzig ist auch die drei Scheibenwischer, ne? Ja, stimmt. Wie ist das bei so einem Sammler? Würde der sich von solchen Autos auch trennen, wenn der Geldgegenwert einfach passt? Oder einfach aus Vernunft, weil man sagt, ich könnte auch das und das und das machen? Oder ist das so, einfach der Sammelgedanke ist so hoch dahinter, oder man will es einfach weiter in der Sammlung machen? Ne, sammeln bedeutet nicht nur anhäufen. So eine Sammlung, die wächst. Und das bedeutet auch, dass hin und wieder mal ein Auto abgegeben wird. Nicht zwingend im Sinne von verkaufen, sondern vielleicht teilweise eintauschen und so. Und so wächst so eine Sammlung. Wenn jeder einfach nur anhäufen würde, dann könnten die Sammlungen nicht so wachsen. Und man sieht sich vielleicht auch an dem einen oder anderen Auto mal satt oder man hat eben ein interessantes Tauschangebot und so geht auch das ein oder andere Auto mal wieder in andere Hände. Was würdest du sagen von all den ganzen Autos, welches ist am wertvollsten? Kann man das so pauschal, fällt dir da direkt eins, wo du sagst, auf jeden Fall eine Zahl der rote Fahrer auf jeden Fall? Oder kann man das so sagen? Das kann man wirklich schwer sagen, weil das kommt immer individuell drauf an, wem was besonders wichtig ist und welche Geschichte vielleicht auch gerade im Vordergrund steht. Aber ich sage mal, mein Favorit hier, wenn wir es so sagen wollen, ist definitiv der Ferrari. Ja, ich würde sagen, genug gesehen. Als allererstes vielen Dank, Florian und ich. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank auch an Herrn Lohr, dass wir das zeigen durften. Wirklich tolle, fantastische Sammlung über die Jahre mit viel Liebe und auch noch mehr, ich will nicht sagen Ehrgeiz, aber man muss sich ja schon auskennen, um das zusammen zu sammeln. Weil das sind ja alles Fahrzeuge, wo man nicht einfach so drauf kommt auf die Idee, ach, ich hätte jetzt gerne den und den und den, sondern das ist ja schon so, da muss man ja gezielt wirklich wissen, das hätte ich gerne noch, das hätte ich noch, das gerne noch. Und das, denke ich mal, macht die Sammlung hier auf jeden Fall aus. Wenn ihr vorbeikommen wollt, ab 17.01. ist wieder auf. Ab 17.01. ist wieder auf. Wir freuen uns auf euren Besuch. 24 Stunden Le Mans Ausstellung, auch nicht mehr so lange? Die ist nur noch bis Ende Februar hier und dann haben wir noch mal kurz für den Umbau geschlossen für die nächste Sonderausstellung. Und ab 23. März ist das Museum dann komplett wieder geöffnet, mit neuer Sonderausstellung und auch da freuen wir uns auf euren Besuch. Kommt vorbei, lohnt sich auf jeden Fall, gibt richtig was zu gucken. Waren auch ganz viele, denen habe ich im Vorfeld gesagt, wir fahren hin, die sagten, oh, kannten sie genauso nicht wie ich. Also ich bin mal gespannt, was passiert. Wir können auf jeden Fall versprechen, wir werden wiederkommen. Wir werden zur nächsten Sonderausstellung wiederkommen. Ja. Oder ihr sucht ja immer Leute, die Autosprobe fahren, haben wir ja unten auch gelernt. Sonst kommen wir auch gerne vorbei. Nein, also wirklich vielen, vielen Dank. Und ich glaube, ich spreche für uns beide sprachlos. Man kann es nicht anders sagen. Das freut mich. Wenn du ein Auto fahren dürftest, welches würdest du nehmen? Aber gerade ganz kurz, ich weiß es, also gut, mein Favorit ist der CLK GTR Roadster. Ansonsten, aber ich könnte... Ich wüsste sofort. Schuhmacher V1 Auto. Ganz einfach so. Die Chance hast du nur einmal im Leben. Ja, stimmt auch so. Das ist ein originales V1 Auto von damals. Es gibt zu viel. Nur so alleine nur mit dem Ding. Noch nicht mal schnell auf Rennstrecke. Nur so losfahren, die Gänge durchschalten. Wenn du aufhören, willst du anfangen. Ferrari, 917. Ich würde bei den Schuhmacher V1 Auto anfangen. Gut, ihr Lieben. In diesem Traum belassen wir es. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.